so hallo wunderschönen guten abend meine lieben hier beim crypto day trading mit joe ich hoffe euch geht es allen gut ihr habt alle die inflationsdaten aus amerika genauso verfolgt wie ich hatte auch vielleicht ein bisschen komisches gefühl so wie ich heute morgen noch ich habe auch in meiner telegramm gruppe gesagt dass ich alle trades auf break even gezogen habe zum glück hat mein bauchgefühl nicht bewahrheitet und wir legen auch gleich los mit der systemischen cryptoanalyse und zwar gleich nach dem intro bis gleich so da sind wir wieder ich muss schnell machen etwas spät dran ja also werden heute bei bitcoin haben wir diesen pump erlebt dieser pump hat hier diese interne schwarze sequenz wo wir hier seit zwei tagen drei tagen traden perfekt abgearbeitet ins schwarze ziel level beziehungsweise in die schwarze box reingetragen und da erstmal wieder raus reagiert nach unten perfekt gelaufen würde ich sagen im glück und janai die mitgemacht haben diesen trade unter anderem diesen trade ja was erwarte ich jetzt von bitcoin jetzt erstmal natürlich besteht hier erholungspotenzial dass wir wieder runter gehen entweder gehen wir das gesamtkorrektur level von dieser schwarzen internen sequenz das wäre bei 17.300 bis 17.100 us dollar ungefähr oder wir nehmen hier dieses bc korrektur level von der blauen größeren sequenz und die hätte dann hier hätte der marktpotenzial bis auf die 17.000 runter zu gehen und bis auf die 16.670 us dollar runter ich erwarte auch erst mal eine korrektur eine kleinere bis morgen bis zu der bis zum fett meeting ja natürlich kann es auch sein dass wir jetzt hier im laufe der nacht und morgen hier hochpumpen noch ist ja nicht mehr viel bis zum erreichen der blauen sequenz hier oben ich sehe hier potenzial also auf jeden fall dass wir diese blaue sequenz finden weil wir haben jetzt hier alle hochs rausgenommen würden schon wochen lang hier gequält haben ich werde mich dann hier oben in diesem bereich eventuell je nachdem was der markt macht was morgen die fett sagt werde ich mich hier short positionieren in dieser roten box bei 18.500 bis 19.500 us dollar in diesem bereich ja wie gesagt mal gucken was morgen die fett sagt kann auch sein dass wir hier sind auch eine weihnachts rallye bekommen so gesehen und dann hier natürlich klar hier übergeordnet hochgehen da wäre diese bereiche um die 20.000 us dollar wieder sehr attraktiv zu gucken was der markt dann hier macht aber auf jeden fall ist nicht schlecht dass leute wir sind in den träden drin wir haben schon gut profite rausgenommen ich werde mein trade hier bei 18.200 us dollar nicht komplett schließen ich werde noch ein bisschen was drin lassen falls der markt hier überschießen sollte und uns über die 19.500 tragen sollte morgen oder die nächsten tage je nachdem wie es aussieht ja und dann werde ich euch update natürlich wo ich mich dann positionieren werde mit meiner schaut eventuell mit meiner schaut und wenn ich dann werde ich nach neuen einstiegen suchen oder warten bis dass der markt neue lange einstieg einstiege gibt aber wie ihr seht hier wunderschön ist die sequenz abgearbeitet das system ist einfach krank und man kann hier swing trades mitnehmen wo wochen gehen man kann ja auch intraday trades mitnehmen wo wir jetzt hier zwei drei tage waren ja wenn wieder der markt mal läuft und das mehr volatilität gibt dann gibt es dann auch day trades was ja eigentlich mein hauptaugenmerk sein wird ab januar in der gruppe mit den zehn leuten wo das sk system von grund auf erlernen wollen mit mir zusammen dass ich das den leuten an die hand gebe und mit ihnen wirklich alles durchgehe wie ich das mache wie ich das im daytrading dann macht bis jetzt stand jetzt sind wir voll in der gruppe zehn leute ich werde habe gesagt noch mal diese woche ein internes video drehen für die leute dass ich dann weiß wer da alles dann dabei ist es werden auch zwei leute mit in die gruppe kommen die private gruppe wo das ist halt das system nicht buchen wenn sie es wollen natürlich es gibt ja leute wo und kann diesen schwierigen zeit nicht so viel geld haben oder wo halt einfach die 100 euro im monat viel geld ist ist natürlich auch viel geld ja ich habe da schon zwei leute im auge werde ich dann persönlich noch benachrichtigen ob sie den interesse haben ja also das erstmal zu bitcoin und gehen wir auch gleich auf ethereum ethereum haben wir hier und diese blauen sequenz hier haben jetzt endlich take profit 2 erreicht auch bei ethereum erwarte ich dass wir hier eventuell noch mal runter gehen und diese seitwärtsphase von oben an testen und dann hier die 1400 us-dollar eventuell morgen schon anlaufen werden dann diese blaue sequenz finischen auch bei ethereum werde ich ein teil drin lassen von dem trade ich werde nicht komplett schließen hier weil es kann bei ethereum sein dass wir hier überschießen und dann uns hier eventuell bei 1500 us-dollar zwischen 1500 1600 us-dollar knapp wiederfinden man weiß nie was morgen die fett macht auf jeden fall werde ich mich dann hier auch bei ethereum eventuell nach short möglichkeiten umschauen aber dann werden deshalb immer nur kleine shorts wo vielleicht ein zwei tage gehen wir nicht weil wenn der markt bullisch ist werde ich nicht gerne gegen den markt aber kleine daytrades mit zwei drei vier fünf prozent ergeben sich immer ja also bei ethereum auch mein level hier bei 1400 us-dollar ist für mich morgen realistisch heute noch eine kleine korrektur eventuell bis hier runter 1270 bis 1250 us-dollar und dann erwarte ich morgen dass wir hier hochgehen bnb bnb bin ich ausgestoppt worden ich trau ich habe die ganzen sache nicht getraut wegen weinen was da jetzt gerade los ist vielleicht hat das schon mitbekommen vorwürfe des betrugs und sowas deswegen ich habe meinen bnb ausgestoppt aber bis hier oben in dem bereich habe ich ja gut der profite schon mitgenommen insgesamt weißen erfolgreiche trade aber jetzt zum schluss mit minus schließen musste aber ja wie gesagt bei weitem nicht so viel wie ich hier profite gefahren habe ja nichts etwas sonst sind wir auch hier bei bnb immer noch in dieser blauen großen box hier wir haben hier kein neues logo generiert trotz des ganzen fachs um beinens ist wird spannend zu beobachten sein sollte dessen sich mit beinens herausstellen dass das nur fahrt und angstmacherei war dann sehe ich auch bei bnb hier die 400 us dollar in den nächsten 12 wochen für sehr realistisch sagen wir es mal so und dann gehen wir noch auf deutsch köln dort können wir sind ja auch im tritt drin also ich zeige ich muss tritt wo ich jetzt drin bin momentan sonst wird immer den rahmen sprengen bei deutschland haben wir hier im täglichen noch nicht erreicht aber wie ihr wisst wir sind wir haben hier alle vier levels mitgenommen perfekt am untersten level am 66 sieben da haben wir hier reagiert nach oben gestiegen hatten heute auch einen kleinen pump mitgenommen take profit also nicht erreicht die anderen take profits gebe ich dann durch die gruppe in der gruppe durch könnt ihr bei der way auch joinen alles for free diese große gruppe da gibt es natürlich noch die kleine gruppe die private gruppe ab januar ja auf jeden fall ist es auch bei deutschkönig schlecht aus natürlich aber wir müssen halt hier dieses herausnehmen mal gucken wie der markt morgen reagiert nach der fedsitzung chainlink auch ganz knapp noch nicht take profit 2 erreicht aber auch hier sind sie im trade drin sieht auch nicht schlecht aus erwartungshaltung von mir ist bei chainlink übergeordnet dass wir über die zehn dollar kommen werden die nächsten monaten wie gesagt es ist jetzt ein swing trade der geht jetzt wochen oder monatelang aber nichtsdestotrotz sieht sie auch nicht schlecht aus müssen auf jeden fall diese 7,80 genau rausnehmen bei chainlink dann sieht es auch übergeordnet gar nicht so schlecht aus wie gesagt hängt alles von bitcoin ein bisschen ab so bei matic sind wir natürlich auch im trade drin take profit 2 noch nicht erreicht take profit 1 haben wir schon erreicht haben wir schon profite mitgenommen aber schon hier in dieser phase hier hinten wo wir hier waren es war schon vor fast einer woche hier haben wir schon profite mitgenommen das ist der markt wieder runter nochmal ins korrektur level die schwarze box hier hat dann wieder daraus reagiert jetzt haben wir dieses sei erst mal rausgenommen dieses lokale aber diese heißt fehlen noch was wir sagen können okay es sieht nicht schlecht aus aber wie gesagt die sequenz ist aktiviert mit diesem heil hier haben wir die sequenz aktiviert weil wir dann haben wir dieses heil beim also dieses a hier dieses heil gebrochen die sequenz ist aktiv alles sieht gut aus bei matic xrp haben wir heute take profit 1 erreicht die glückwunsch an alle die mitgegangen sind ich habe hier schon hinten schon vor wochen und solch gesagt ich erwarte von xrp weil er hier dem aus der bärischen box reagiert hat und noch mal runter gekommen sind ins korrektur level also diese blaue box habe ich gesagt ich habe mich bei xrp nur bei 37 us dollar cent positionieren weil die anderen level waren augenscheinlich nicht attraktiv genug dass der markt hier dieses heil rausnimmt und was ist passiert genau bei 37 cent wirklich ganz genau auf den cent genau hatte der markt hier reagiert ist auch heute mit schön nach oben gepumpt waren knapp 8 prozent an top also take profit 2 liegt bei 41,8 cent und ich erwarte auch bei xrp hier die nächsten wochen falls der markt normal verlaufen sollte die 46,9 bis 49,8 us dollar also bis an die knappen 50 us dollar cent hat der potenzial auch hier werde ich mein trade nicht ganz schließen hier oben sondern ich werde ihn hier laufen lassen und hier dann ungefähr 80 prozent herausnehmen so da bin ich kurz musste kurz weg ja das haben wir hier noch uniswap uniswap haben wir hier auch erst mal dieses bärische level gebrochen was auch gleichzeitig take profit 1 war ich habe es bei uniswap take profits nicht eingezeichnet weil ich wurde hier obwohl ich die auto drin hatte hier unten wurde ich nicht abgeholt ja hatte ich keine gegen liquidität dass meine auto gefüllt wurde wird gelaufen passiert auf jeden fall läuft auch hier uniswap ganz gut haben hier am 50er level reagiert sie nach oben gestiegen jetzt das war eine interne sequenz hier wo wir hier getradet haben diese blaue sequenz übergeordnet bei uniswap ziele liegen hier oben bei 7,85 us dollar also dann war noch ein bisschen was zu gehen aber sieht auch nicht schlecht aus aber um diese schwarze sequenz zu bestätigen müssen wir halt dieses herausnehmen so liebe leute ich würde sagen das war es dann auch für heute kurzes knackiges update es wird morgen ein update geben morgen vormittag höchstwahrscheinlich und dann eventuell morgen abend nach der fett sitzung noch mal eins wenn es aber zu spät wird dann auf jeden fall donnerstag vormittag werden wir nochmal besprechen gucken wie dann der weitere fahrplan aussieht für die nächsten tagen für das wochenende dann und ja in dem sinn würde ich sagen wenn euch dieser content gefällt wenn euch dieser mehrwert gefällt lasst auch ein bisschen mehrwert da tut nicht weh kostet keine zeit ein abo und like dann werden wir den nächsten bullenmarkt zusammen rocken das werdet ihr nicht glauben was da mit diesem sk system alles möglich ist und ihr seht ja solche einstiegslevel kriegt ihr sonst mit keinem system oder mit keinem chart und support resistance trader hin garantiere ich euch also weiter bis dann ich würde sagen genieße den schönen abend schaut nachher und vielleicht noch ein bisschen fußball ich werde auf jeden fall tun ja und in dem sinn wir sehen uns spätestens morgen euer job von data in germany macht es gut ciao ciao und